Vergewissern Sie sich, dass das Multimediasystem R-Link Evolution mit der Anwendung Android Auto kompatibel ist. Durch die Anzeige dieses Symbols wird die Kompatibilität bestätigt. Sie können die Anwendung Android Auto nun auf dem Smartphone installieren, öffnen und konfigurieren. Die Anwendung Android Auto kann nun genutzt werden. Klicken Sie hier, um nach Apps zu suchen, die mit Android Auto funktionieren. Schließen Sie Ihr Smartphone bei stehendem Fahrzeug mit dem USB-Kabel an das Multimediasystem R-Link Evolution an. Durch das Vorhandensein dieser Schaltfläche wird bestätigt, dass aus R-Link Evolution auf die Anwendung Android Auto zugegriffen werden kann. Drücken und halten Sie dieses Bedienelement. Wählen Sie Ihre Router einfach anhand der Optionen von Google Maps aus. Sie können auf dem Bildschirm von R-Link Evolution eine Google-Suche ausführen. Sie können auch Ihre Fahrt konfigurieren, indem Sie auswählen, ob das Verkehrsaufkommen auf der Karte angezeigt werden soll. Indem Sie die letzten Ziele aufrufen. Oder indem Sie nach bestimmten Sonderzielen suchen. Sie können einen Kontakt über die List Ihrer persönlichen Kontakte anrufen. Dazu drücken und halten Sie dieses Bedienelement. Steve anrufen. Sie können auflegen, indem Sie hier tippen oder dieses Bedienelement drücken. Über diesen Bildschirm können Sie auf die Menüs mit Telefonfunktionen zugreifen. Sie können eine Nachricht senden, indem Sie auf dieses Symbol tippen. Oder indem Sie dieses Bedienelement drücken und halten. Eine Nachricht senden. Who do you want to send a text to? Steve. What is your message? Ich bin fünf Minuten verspätet. Here is your text to Steve Morlow. I'm running five minutes late. Do you want to send it or change it? Senden. Fine. Message sent. Message sent. Beim Empfang einer Nachricht wird eine Benachrichtigung eingeblendet. Zum Lesen tippen Sie auf die Benachrichtigung. Listen to the message. No problem. Antworten. What is your message? Ich beeile mich. Here is your text to Steve Morlow. I'll be as quick as I can. Do you want to send it or change it? Senden. Fine. Message sent. Spielen Sie Musik während der Fahrt ab, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Ich möchte Flash hören. There you go. Request to play Flash in progress. Zum Wechseln des Titels tippen Sie hier oder drücken und halten Sie dieses Bedienelement. Ich möchte Splash hören. Okay. Request to play Splash in progress. Sie können aus jedem Bildschirm von Android Auto zurück zur Benutzeroberfläche von AirLink Evolution wechseln. Nun können Sie weiterhin die Musik auf Ihrem Smartphone genießen und gleichzeitig Funktionen von AirLink Evolution wie die Navigation nutzen. Sie können das Radio des Fahrzeugs anhören und gleichzeitig Anweisungen von Google Maps erhalten. Das Radio des Fahrzeugs spielt und Google Maps gibt weiterhin Anweisungen aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017